willkommen zu einer neuen session minecraft ich habe jetzt echt ewig nicht mehr gespielt ich wollte eigentlich, da ich mich gerade erinnert, das hier fertig machen habe ich nicht gemacht weil ich einen vorderen sagen kann und ja theoretisch müssten wir jetzt das wasser loswerden ich würde es versuchen über einen einfacheren weg zu managen die mir ist einfach immer wieder hier in die lächste stelle ausgebildet beginnen wir mal mit dem spaß wieder muss ja fertig werden so auch wenn mir der sinn nicht ganz klar ist warum da jetzt noch wasser zwischen ist verdammt verdammt wie kann das eigentlich laufen warum hatte ich da eigentlich wasser jetzt oder so ich glaube hier muss ich lange wasser das dämliche skelett ist weg wasser 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 war noch ein mini-zombie wasser wasser ist das ist wasser das ist wasser ist das ernsthaft ich will arbeiten 1 2 3 4 so da können wir auch noch 1 2 3 4 jetzt hätte ich noch gern fertig gemacht aber wir gehen die folgen aus und ich habe momentan auch einfach nicht zwischendurch was zu machen also verknüpfe ich das jetzt auch durch mit einer aufnahme so 1 2 3 4 es tropft aber auch dadurch sehe ich gerade ja das ist auch scheiße ach man das mit glas oder älsen genauso wäre es möchte eigentlich nicht dass es durch tropft oder ich mache darüber noch eine glas palette da könnte ich aber auch die zäune weglassen ehrlich gesagt es wird wo glas hinaus darauf würde ich sagen bisschen ärgerlich auch in hinsicht auf den ganzen aufwand den wir jetzt betrieben haben aber na gut 1 2 jetzt kann ich hier aber auch dicht machen nehmen wir da mal einen erdblock für 3 4 und dann müssen wir noch einen block übrig mit wasser ok ups dann können wir theoretisch erst mal hier noch die blöcke weghauen und 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 Ohne Probleme abbauen auf dieser Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt gehts ans Eingemachte hier in der Mitte. Vielleicht wäre es sogar clever, den Bereich hier noch zu lassen, weil wir müssen irgendwie uns in der Mitte hochgraben. Ich möchte nicht im Wasser arbeiten. Oh, was ist hier Kohle? Tatsache. Tatsache. Klappe-Zombie. Okay, jetzt sind wir hier. Noch ein ganzes Stück drunter. Eieiei, okay. Ohne. Shit. Das war's für heute. Ich habe die Beklemmung und die Beklemmung. So, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter, ich bedanke mich, bis dann.